hier draußen verstehe verstehe okay wir können ja mal hier in die türme gucken oder wir können mal versuchen die was du hier hinten dann beim schmied ja habe ich alles eingesammelt er alles ein gesamter so ich habe noch ein leder höchstens kann ich mir jetzt mal anziehen und ein paar lederschuhe was du machst du machst du hinten dran wo es hier also hier gibt es den turm wir können einfach mal ganz frech die um die tür zur armory einschlagen weil es wird mich ja schon interessieren was jetzt einschlagen hat ja wenn wir die nicht aufkriegen wie willst du denn sonst da reinkommen naja also die spielmechanik gibt einschlagen jetzt ja nicht her naja aber ich bin halt neugierig du würdest bescheißen oder was ich will nicht bescheißen wir haben eine spitzhacke und da ist eine metalltür und wir hauen jetzt die metalltür ein würde ich vorschlagen kann man das ja machen wir naja wenn es so ist dann dann gibt es die spielmechanik ja doch ja anscheinend schon oder naja dann also schleichen wir uns an das kriegt ja keiner mit weißt du ach so meist mehr keiner nee quatsch werden wir raus und sagen wir haben es gelöst genau die ist hier oben irgendwo drin die armory weißt du irgendwo ok aber das klingt gut armory klingt vernünftig ja auf jeden fall das ist eigentlich hier unten hier ist auch noch mal so ein locked unlocked ding sind ach so nee das ist ja ach so wir sind hier am eingang genau sie kommen wir ganz nach oben die dumm von mir ganz nach oben ganz nach oben ich eile ich fliege weiter nach oben ja fast so und jetzt kannst du rechts oder links hier mal die dings einschlagen die tür einschlagen mit einer spitzhacke du hast ja eine spitzhacke oder ich habe keine spitzhacke hast du nicht gesagt du hast eine spitzhacke habe ich nie gesagt ich habe ein pickaxe ich könnte mich natürlich die wand hacken könnte ich mich eine spitzhacke ist doch eine pickaxe oder oder sehe ich das falsch oh mein gott ja du hast recht ich dachte ja hau doch mal die tür ein ja ich dachte boom was was so siehst du okay eingebrochen ganz freien gott okay die textur hat mich verwirrt es haben mir ich weiß auch nicht naja ist nicht so schlimm okay okay hier geht's rauf aufs dach oh hier ist jede menge chain chest plate käse kommen wir können uns ausrüsten mein gott das war eine gute idee hier das zeug anzuschlagen stone sword arrows ein bogen habe ich gefunden und hier noch mehr schade ist und schwört doch sturm schwörter sturm schwörter ich habe ja schon ein eisernuss herr ja okay also mal kräftig angelegt das zeug ja ich nehme mal lieber noch ein zweites und das helmchen hier wo ja gleich viel schicker oh ja so und noch die schücheln draus sehr gut sehr gut da sehen wir aber auch wirklich gefährlich und finster aus oder ja ja brutal wie wir aussehen da ok also jetzt hier aber hat sich doch gelohnt oder jaja hat sich irgendwie gelohnt also meinst du das ist so gedacht das weiß ich nicht aber wir haben es einfach mal gemacht also es gab ja was zu holen ja jetzt wo keiner mehr da ist also ich meine es gibt doch keine plate oder so und ein knöpfchen gibt es auch nicht naja gut ja natürlich die tischplatte abreißen können und davor leben ich glaube so war es jetzt auch nicht gedacht das kann schon sein so ist der bergange wollen wir wollen noch weiter runter hier so selber jetzt gut genug ausgestattet um den die kapelle zu geben oder wir sind voll gerüstet er oder wollen wir hier noch mal in das lassen wir hier genau ich möchte jetzt mal hier genau so wo bist du ich bin hinter dir ah ja so jetzt lass doch immer hier kurz bladik ross keep einen blick reinwerfen oder ja was gibt es hier da gibt es ach so da geht es wieder irgendwo rauf das wollen wir jetzt mal noch nicht sie geht so runter hier ist ein ja 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 master bad chamber bad chamber okay hier sind die königlichen betten oh ja ein goldenswerter oder gar ein goldenswerter ein boden ding vom sackeln und jemand sich hier auch noch mal ein goldener helm juhu ich habe einen goldenen und aber irgendwas tropft hier oder ach da tropft die lava durch die decke so noch das goldene schwert ich habe das goldene schwert hier ist ein eisenschwert hast du das eisenschwert da reingepackt nö okay jetzt habe ich auch ein eisenschwert und ich habe einen goldenen oder steht mir aber der steht mir aber viel besser oh ha 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 guck mich an käse guck mich an du flippst aus wo stehst wo stehst du ja ich bin schon rausgegangen natürlich so guck mich an mit dem goldenen helm ja ich sehe aus wie ein könig oh okay wie sehe ich denn aus wie so sieht man meine goldener kassel die goldene armor die ist bisschen bisschen dünn bisschen dünner ach ich nehme dir die hier ja die sehen cooler aus 80 mit besser so also jetzt hier mal kommt es mal vorwart vorwärts hier okay was ist dahinten hier ist dann den stimmte dann jens die das gefängnis dann sind die haust du mal die tür einkrat ja ja ich hau total und das schwert genommen und durchgelernt und ich finde mir keine skelette oder sowas unheimlich ist ein schalter hier ist okay zelle zelle wollen wir das hier mit graben ne dürfen eigentlich nicht machen wir wollen ja wissen was da ist ansonsten hat der gute man das ja umsonst geworden ja das stimmt natürlich ja zelle oder was ja auch mit zelle wo bist du da gut noch mehr zelle okay also dann sind scheint wirklich nur gefängnis zelt zu sein da hinten ging es auch nicht weiter okay naja jetzt wissen wir es immerhin das ist hier was soll geheimnis gefunden vielleicht 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 zumindest kommt man so auf die andere seite rüber hat ah ja okay jetzt nur auf der anderen seite okay vielleicht gab es dann mal gefängnisausbruch oder sowas meinst du beim bloody cross wurde ordentlich rebelliert kann schon sein naja alle sind weg alles sind weg auch die knastiges okay ist da unten noch was ist da dann geht es haben sich irgendwelche tor geöffnet was 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 muss hier die andere seite ist nur okay das scheint wohl nur von drinnen nach draußen zu funktionieren irgendwie das ist ja typisch für ein gefängnis oder drin nach draußen ja blöd wenn man ein gefängnis von außen öffnen könnte noch water closet baby hast du ein das toilett oh ja die ist aber großräumig nachher ohne truhe mit einem slimeball juhu auch ab und zu okay es scheint eher so ein truhe königlicher thron zu sein oder so hat er um her Hilfe Gott hat sich denn sowas ausgedacht hier ist ja mal unpraktisch hier ist die library die bücherei okay gucken wir mal ja oh gut schaut so aus die bücherei hier ist aber heide bümbam was ich sah passiert gebütliche leseecke hier guck mal oh ja tatsächlich da scheint also entweder eine größere bücherverbrennung stattgefunden zu haben oder ist es tatsächlich eine neckische leseecke ich glaube es sind eher so finstere machenschaften hier hat ihm glaubst du ja werk sind irgendwie ja ich meine jene umgedreht kreuzern so und alles ist lustig lustig und so ja aber du weißt du was käse ich spüre doch einen starken drang in die kapelle zu gehen obwohl ich eigentlich ganz gerne noch mal hoch gucken würde weil da war ja so ein turm oder ja ja das ist so stimmt ja aber in den komme ich nicht so ohne weiteres der oberste turm halt ja hallo ich bin jetzt hier im mittelteil ja hallo ich mal da drüben weiter uiuiui nicht dass wir uns verlaufen tümsche naja das sollten wir vermeiden naja tun wir bestimmt trotzdem okay so ich bin auf einem geht es noch weiter wie aber ja da geht es noch viel weiter da ja ja da geht es kann aber hallo so da gucken wir auch gleich mal was da sagen ich folge dir nicht abstürzen so okay die sonne geht langsam unter mein gott willst du meine pickaxe willst du die die tür einschlagen in der höhere dann kann ich wirklich sagen mit fug und recht ich habe keine pickaxe ach so wenn ich dir die ach so ja stimmt hier die könnte ich mal natürlich mal kurz oder gibt es ja gibt es ja nichts gar nix kurz mal weggepickelt und ja okay wenn jemand fragt dann sagen wir die zombies waren es ja war ein creeper ja oder der hat die einfach weggesprengt ja das geht ja ewig oh gott oh gott okay und ganz nach oben okay ganz oben jetzt habe ich aber wirklich ein drehbogen so es ist sonnenuntergang oh wie schön und wir sind auf dem turm auf dem turm da gibt es ein stückchen melone für mich tatsächlich willst du auch eins ach ja hinter dir ich danke dir oh gott lecker 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 gleich noch mal eins und gleich noch eins du hast äpfel willst du welche ja so ein werk holger ort war was geht was denn die ganzen äpfel ja habe ich irgendwo gefunden hast du irgendwo gefunden aha aber ist ja dann schee hier okay also jetzt müssen wir wirklich mal zu der verdammten kapelle oder genau da müssen wir jetzt mal wirklich hin oh gott und jetzt runter und runter und noch weiter runter so ein fahrstuhl wäre cool gewesen passt jetzt nicht in das szenario aber vielleicht hätten wir runter springen wollen ja das ist auch immer eine möglichkeit da so wenn wir da entlang und aus und dabei ja vorsicht da geht es raus ach so ne das sind nur türmische hier geht und zwar der gut auf nach unten mh mh oh gott wahrscheinlich ist jetzt der hälfte unserer zuschauer schon schlecht vielleicht stimmt schon viel unter so ganz da einfach so du bist ein draufgänger mal wieder ohne kiste ein slimeball wo ist die denn gefunden die hat hinweg dass einmal die augenleine aufmachen ich hab die augenleine offen gefunden ich hab's gefunden wenn ich dich nicht so erschreckt hätte mit meinem sprung hättest du die vielleicht gar nicht gefunden ja ja wo natürlich so also kapelle wo ist die kapelle am einfachsten wenn wir hier hinten durch die ach so meeting hall gehen habe ich gesehen gegen das zwei der punktser links kentlern 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 so bin da bin da und raus und rein gar nichts gott derjenige hier am bleibstoff verbraucht dass sie mehr würde ja würde ja ja das ist ja eine kirche guck dir das an im himmelsfeld schon wieder hier mit diesem kreuz mit diesem komischen mhm also hier da play scene 4 tim jay oh guck mal da ist eine kiste drunter ja da ist wahrscheinlich ja die map mit der objective scene 4 as you approach the sinister altar in the chapel the rumbling cacophony gradually koalises into a single chant and the sound of many feet shuffling in unison emanates from somewhere below this must be why the castle is deserted you realize they are all participating in some form of ritual below the chapel in the crypt but the crypt is supposed to remain sealed another memory returns you were a young child at the time being versed in the hierarchy of this land by the castle priest who also serves as a lawmaster above all else rules our dark lord from whom springs power eternal there sits our lord of bloody cross with his rift to the infernal power through death power through death power through death this sinister verse is the one being chanted below which is only used as part of an arcane funerary rite sanctifying the passing of the lord bloody cross himself if you are appropriately armed there should be an entry to the crypt from within this chapel somewhere okay power through death through the death so oh okay was was okay yeah genau arm yourself seek entry to the crypt below yeah also wo geht's not oh 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 du lieber gotted hier ist ein schalter ich lege ihn mal um hast du euch reingefallen du okay also ja dann würde ich sagen suche wir mal den Eingang unter